Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22. Heute möchte ich ganz gerne mit euch weiter hier meine mein Unkraut entfernen in der hoffnung dass es dann alles schön ich muss mal hier bisschen am rand bleiben ich bin zu sehr am rand aber egal besser zu viel als zu wenig würde ich sagen weil ja doch immer alles schief ist entschuldigt jetzt ist gerade mein wecker losgegangen oh mein gott ich hoffe ihr konntet das jetzt nicht so wirklich hören peinlich peinlich ich habe mich jetzt nur gerade gewundert warum ich die musik erzählen in LS22 hörte ich bin nämlich heute früh aufgestanden um vor meiner arbeit entschuldigt wenn ich hier so ein bisschen rumeiere aber ich will ja hier den rand ganz gut mitkriegen ja ich bin heute nämlich früher aufgestanden um noch vor der arbeit aufzunehmen so dann gehe ich noch einmal zurück würde ich sagen und wieso wartet mal ich gucke mal ganz kurz auf der karte was ja sieht doch gut aus oder sieht doch ganz gut aus dann mache ich noch hier so ein so ein stückchen so jetzt dürfte ich das doch eigentlich alles haben oder ich stehe genau drauf okay gut dann also noch ein kleines ein kleines stück so jetzt müsse das aber reichen oder war ich da echten strich übersehen ist das unfassbar wartet mal ich war mal wieder zurück ich fahre mal wieder zurück ich bin lieber ein bisschen mehr als zu wenig ja jetzt ist es weg ok da oben ist auch noch eine ecke so jetzt war es einfach an egal ich weiß nicht genau ah jetzt bin ich ran gesucht okay wartet wie kann ich jetzt hier wieder weg zoomen wartet oh nein jetzt krieg ich gar nicht mehr weg gesucht doch okay ach gott sei dank gott sei dank so dann müsste ich eigentlich ich möchte und das ist das kleine grüne stück auch noch weg haben so wartet 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 das ist eigentlich direkt am rand ne so so vielleicht okay jetzt habe ich es angemacht egal eigentlich war das hinter der kurve oder oder war es jetzt noch vor der kurve macht ihr das eigentlich auch so perfekt oder ist es euch egal wenn da ein streifen übrig bleibt würde mich mal echt interessieren könnt ihr mir mal gerne in den kommentaren schreiben okay jetzt habe ich gerade gesehen dass da noch ein kleiner punkt ist aber gut dann lasse ich den kleinen punkt ist ja dann nicht so schlimm hauptsache ich mache hier noch den rand das wäre echt noch cool ein bisschen rasendüngen mache ich auch noch mit so nein mit 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 x genau so ja ein kleiner punkt ist jetzt übrig aber ist ja nicht weiter wild oder gut dann bringe ich das jetzt wo bin ich denn jetzt gerade ach so ich ach okay ich muss da lang ach jetzt war ich auf mein feld egal 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 so einmal wow immer darauf oh appala so dann stelle ich es jetzt da hin und dann möchte ich ganz gerne noch die erste düngerstufe rauf machen na damit ich wenigstens ein bisschen Ertragsbonus habe so einmal hier hinstellen okay wunderbar und weiter geht's jetzt gehen wir zu meinem kalkstreuer und dann werde ich das umswitchen mit meinem mineraldünger wow ich kann nur hoffen dass es auch der kalkstreuer ist mit dem ich auch düngen kann ja und dann gucke ich auch gleich mal was hier meine silagewein sagen wie viele prozent die schon gegärt sind das wäre auch mal interessant zu erfahren so jetzt muss ich das wieder ach nee da habe ich ja Dünger drin ne da ist ja Dünger drin ne wunderbar sehr schön okay wartet mal kurz ich möchte nur mal gucken ähm meine silagewein 54% hm alles klar alles klar dann weiß ich ja Bescheid achso dann fahre ich gleich mal hier oben lang der Weg ist kürzer meine Hühnerlein haben noch Futter oh hier sind wieder ein paar Eierpaletten ähm oh ja 2124 haben die alles klar gut dann geht's denen auch erstmal gut dann produzieren die auch wunderbar ähm so wartet mal muss ich eigentlich ach die Arbeitsbreite ändern kann man mit mit STRG und Y ja gut kann man eigentlich oder muss man jetzt muss ich jetzt den Dünger eigentlich senken muss man das machen ne ne hm okay ich glaube ich habe eine viel breitere Arbeitsbreite noch ja egal so ach ja Feldarbeit ist doch irgendwie sehr schön auf jeden Fall dann gucke ich auch nochmal nach Aufträge ob ich irgendwelche Ernteaufträge habe oder so oder kriegen könnte das wäre vielleicht auch ganz toll ich gucke nur mal ganz schnell äh wo sehe ich denn das jetzt mit dem Düngen ah ja da ha okay ich habe Steine drauf ja okay wow achso das läuft die ganze Zeit weiter oh nein oh nein ich habe wieder das Gefühl dass ich irgendwie einen Unstrich ähm ähm äh nicht gedummt habe weil ich irgendwie immer schief fahre ich weiß auch nicht ich sage euch so jetzt müsste ich wieder hier ein Off um die Kurve machen ein bisschen da lang fahren so wartet mal ich mache mal kurz aus ja gut ja gut schlimmeres ne so dann lasse ich mal jetzt den Rest den Helfer machen perfekto der macht es schon ganz ordentlich ne ja gut jetzt ja seht ihr ich habe einen Strich übrig gelassen hm na gut dann ist es halt so okay ich stecke mal aus dann gucke ich mal ganz kurz nach Aufträge ne ne ballenpressen ist immer noch drin ne gibt es vielleicht Ernteaufträge oder so ne es gibt nur Spritzen ne Spritzen Grubbern Pflügen Grubbern Düngen ok 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 ähm wow ich wollte gerade sagen wo fährt der denn jetzt hinter Gute macht das ja ordentlich Mr ach ne äh Eier hatte ich ja gar nicht gut ich gehe jetzt wobei Quatsch ist ja völliger Blödsinn was ich hier mache ähm ich gehe mal auf die Karte dann gehe ich mal zu meiner Bäckerei mal gucken ob die Nähbrot ist gerade nicht da alles klar gut dann weiß ich nicht so genau was ich jetzt tun könnte hm 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 ich könnte theoretisch ach nein fann ich nicht wieder ne so ich könnte theoretisch eigentlich Wasser holen wartet mal ich meine es schadet ja nicht Wasser ich wollte gerade sagen da liegt Brot aber das ist ja nur ein Gewicht ach ich habe hier noch Wasser drin na 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 dann erst mal auffüllen würde ich sagen wow sehr gut es ist normal dass da so ein ja okay ein kleiner Strich ist immer noch vorhanden alles klar gut dann gehe ich jetzt noch mal Wasser holen wo ist oder ich bin Macht man eigentlich auch sehr seltene, Wasserbesorgen. Ja gut, ich habe auch nur drei von diesen Gewächshäusern. Aber es ist auch mal eine abwechslungsreiche Aufgabe, finde ich. Er hat aber schon zu ackern, irgendwie so mit dem kleinen Berg hier. Nein, das ist hier falsch, Fanny, da lang musst du. Wo sind denn die ganzen Autos eigentlich hin? Ich habe bisher noch gar kein Auto gesehen, glaube ich. Ach, da oben fahren will ich, okay. So, ich dreh erstmal. Mal gucken, ob der jetzt auch voll ist, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ne, da passt noch was rein, ist ja unten. Okay, ich glaube, da stimmt was nicht. Wow, jetzt bin ich da an diese Dings gefahren. Es läuft irgendwie weiter, aber irgendwie wird nichts abgezogen, also krass. Aber ich glaube, ich hole jetzt nochmal eine Ladung, weil ich glaube, der dritte ist hier nicht voll geworden. Ist der Helfer schon fertig? Ich habe es schon wieder nicht beobachtet, habe ich nicht aufgepasst. Enjoy nature! Jetzt fahre ich mal hier runter. Das war jetzt nicht tief genug, ne? Ah, ich probiere es mal. Ah doch, es klappt. Wird so ein See eigentlich auch leer? Wenn man jedes Mal dort Wasser holt? Irgendwann? Witzig wäre das ja irgendwie, ne? Wann, wann, ich komme ja auf Ideen. Oh, das ist mein Zelt. Peinlich, peinlich. Okay, fertig. Fertig, fertig. Nein, das war die falsche Richtung. Ich versuche nur ein bisschen gerade zu werden. Ja, Fanny hat es drauf. Fanny hat es drauf. So. Jetzt werde ich mal kurz gucken, was hier... Bist du jetzt irgendwie hängen geblieben oder bist du fertig? Ne, der ist echt schon fertig. Ist ja unfassbar. Okay. Okay, okay, okay. 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 Aber. Aber, aber, aber. Aber. Aber, aber, aber. Ich werde einfach nochmal hier am Rand nochmal ein bisschen was machen. So. So. Okay, noch ein kleines Stück. So. Genau. Dann hätten wir das auch. Und dann werde ich noch versuchen, da die, die Linie wegzukriegen. Das wäre doch auch mal eine Option. So. Mal gucken, ob ich das jetzt überhaupt getroffen habe. Ja. Gehen wir mal ein bisschen nach da. So. Ich denke, das wird es jetzt gewesen sein, oder? Na, noch nicht. Kannst du mal bitte aufhören zu fahren? Dann. So. Noch ein kleines Stück. Na, das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch gut aus. Aber hier war die Ecke jetzt hier gewesen. Ah, ich nehme es jetzt einfach mit. Egal. Ich habe ja von allem genug. So. So. Was ich habe, habe ich. Dann bringe ich das also wieder zurück. Und ich denke, das war es auch heute für die Aufnahme, meine Lieben. Und dann werde ich, ähm, ach so Lohnzahlung, alles klar. Und dann werde ich einmal schlafen, das heißt also einmal spulen, ne? Und dann denke ich mal, dass ich hier meine Fäller ernten kann. Oh, ist das nicht schön. Ach, ich freue mich so. Ich freue mich. So, bleib stehen. Koppe das Ding ab. Wunderbar. So, dann gucke ich mich, äh, gucke ich mir das nochmal ganz kurz an. Okay. So. Ja. Sieht doch... Sieht doch schön aus. Genau. Also ich durfte die bestimmt nächsten Monat, äh, machen können. Das ist richtig cool. Ja. Gepflanzt wurde hier noch nichts. Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und dann werde ich bestimmt meine Beinfelder ernten können. Ach, toll. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Woah, bye, bye bye. Vielen Dank.